Ihr wollt immer wissen, welche Fahrzeuge gerade besetzt sind. Im Multiplayer ist das sehr wichtig, dann ist das euer Mod Inspect 17 Das ist eine Nachmache oder Abwandlung des Inspector Mods, den wir bereits aus anderen LS-Versionen kennen. Er zeigt oben relativ mittig den Namen an und in welchem Fahrzeug sich wer befindet. Das ist sehr praktisch im Multiplayer, da kann man immer sehen, aha, okay, der Klaus ist in dem Fahrzeug, der Friedrich in dem. Und die Sonja in dem. Und da kann man immer sagen, okay, der Klaus hat ein Vario, komm mal rüber, du mal hier kubbern oder was auch immer. Ich werde jetzt noch mal testen, ob auch Anbaugeräte erkannt werden. Das muss ich jetzt mal noch gucken. Damit man auch sieht, was der jetzt an Anbaugerät dran hat. Das ist noch interessant, dann kann man das wirklich schön im Multiplayer variieren und sagen, oh, der Friedrich hat den Kuba dabei, der kann dann gleich bei mir weiter kubbern und so. Das wird anscheinend leider nicht angezeigt. Okay, das ist schade, aber vielleicht kommt das noch. Immerhin wird schon mal der Hauptclip angezeigt. Was noch angezeigt wird, ist Füllstände der Anhänger anscheinend. Laut Beschreibung, genau kann ich das jetzt nicht testen, aber sollte es so sein. Der Mod wird immer wieder ausgebaut, also es können immer wieder Änderungen anfallen. Wie gesagt, für den Anfang mal ein guter Mod, der hat noch keinen Log-Eintrag, nee gar nichts, kein Fehler in der Log. Also für das erste schon mein Topmod, ich freue mich schon auf die weiteren Features. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein! Kevin Maier